Willkommen zurück zu Walker 2, Ties of Darkness. Beim letzten Mal haben wir hier ordentlich verkackt. Diesmal will ich das hier so ein bisschen besser handhaben. Ob ich das schaffe, ist noch eine andere Geschichte. Aber das ist zumindest so ganz grob der Plan. Deswegen fangen wir hier mal an und bauen hier irgendwelche Häuser oder sowas. Vielleicht, wenn ich dafür gut genug bin und so. Muss man halt mal gucken. Ähm, dann würde ich gerne theoretisch hier irgendwie so einen Kanonenturm bauen oder sowas. Wenn jetzt hier mal einer von denen hier mal wiederkommt. Ein bisschen Holz-Typi. So, komm mal her. Dann baust du Turm dahin. Versperrt mir zwar wieder den Weg. Soll mir aber recht sein, daraus machen wir halt einen Kanonenturm. Möglicherweise. So. Du baust Haupthaus dahin. So. Ach, kann ich noch gar nicht. Äh. Dafür muss ich jetzt ausbauen, ne? Das hat mir ja gut überlegt. Das habe ich mir ja wirklich gut überlegt. Da bin ich... Da ist wieder ein Profi am Werk. Man merkt es. Und, äh, ja. Mal gucken. Wir werden schon angegriffen. Der ist super. Der ist wirklich schön. Der ist einfach wunderschön. Aber sie wissen nicht, wo sie lang sollen, weil hier der Weg versperrt ist. Ha, ha, ha. Okay. KI wins. Ähm, dann baust du aber bitte jetzt nicht unbedingt wieder da ab, sondern woanders. Weil da haben wir hier natürlich halt schon eine Verteidigung aufgebaut, ne? Das kann man machen. Theoretisch. So, ihr da geht dann halt gleich ins Gold. Das wollte ich hören. So. Zack. Du auch. Zack. Und du gehst ja wieder rein. Hier müssen wir dann eine Kaserne erstellen, wenn wir dann halt hier auch sehr bald weitere Verteidigungen haben und sowas. Also wenn das so weitergeht, dann bitte. Macht nur. Ist mir egal. Ne im Ernst. Ist mir egal. Mach dir mal. Ich seh zu, dass ich hier, ne? Verteidigung aufstelle und hast du nicht gesehen. Damit ich dann gegen sowas wie... Wie diese Katapulte oder Ballisten sind, das ja dann hier auch ankommen kann. Weiß ich gar nicht, was ich dann gleich noch dafür bauen muss. Hm. Auf jeden Fall werden Häuser nicht verkehrt, damit ich überhaupt Einheiten bauen kann. Möglicherweise. Da muss man mal gucken. Wir schaffen das. Mit der Not harren wir halt einfach wieder aus, bis der Gegner kein Gold mehr hat. So, einmal hochbogen. Dann... Mach doch mal ne Schmiede. Ja gut, die machen sowieso drüben wahrscheinlich eher. Ähm... Machen wir mal Grunze. Machen wir mal Grunze. Gut, Attack-Move kann man wirklich mal machen. Muss man ja wirklich sagen. Kann man mal machen. Ne? So, die kann ich immer noch nicht ausbauen. Was fehlt denn da zum Ausbauen? Ich hab keine Ahnung. Ich habe wirklich mal keine Ahnung. Ähm... Oga-Mass-Steilbaum auf jeden Fall. Müssen wir dafür ne Schmiede bauen? Glocken. Oder Sägewerk. Eins von beiden wahrscheinlich. Oh, nicht gewohlen Holz. Glocken. Immer dasselbe hier. Immer dasselbe. Nie haben wir was wir wollen. Glocken. Glocken. Fertig zur Arbeit. So. Glocken. Hier, du da. Geh doch mal ins Holz. Tu mal was vernünftiges und geh mal ins Holz. Holzmangel vom Feinsten. Ach du Scheiße. Okay. Now we are really doomed. Ähm... Okay, Attack-Move-Command funktioniert in anderen Strategiespielen. auch schon mal besser. Sie laufen tatsächlich erst zu dem Punkt und dann attackieren sie alles, was dort ist. Äh... Da bin ich von Starcraft anders gewohnt. Ich bin ja ein Gewohnheitstier. Ja, und von daher... Ich bin's anders gewohnt. Ist halt so. Ähm... Wo ist denn hier? Haben die meine Bauern getötet? Mal Päons? Erledigt. Hm. Fertig zur Arbeit. Komm mal rum hier. Mach mal hier... Ne, du machst keine Schmiede. Du gehst erst mal zu uns. Die Schmiede bauen wir drüben. Vom Falle eines Falles. Mach mal hier... Schmiede. Ich meine, solange mich hier niemand attackiert, soll mir das auch recht sein. Aber sie werden natürlich früher oder später kommen. Da haben wir wieder die Gegner vom Feinsten. Ähm... Problem ist... Was? Ach, du Scheiße. Ähm, ähm, ähm... Schlecht. Gerade so geschafft. Wir brauchen ein Sägewerk. Wir brauchen ganz dringend ein Sägewerk. Ach, hier werden sie auch noch attackiert. Ah, 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 ah. Ah, Leute, das ist zu viel für mich. Das kann ich doch nicht. Hm. Da wird jetzt Schmiede gebaut. Ich brauche ein Sägewerk. Hier, mach mal Sägewerk. Tu mal Sägewerk machen und so. Ohne Sägewerk kann ich keinen... Keine Achswerfer bauen. Und die brauche ich. So, Kanonenturm. Oh, wie viel Holz denn? 300. Halleluja. Ohnein, jetzt greifen sie an, oder wat? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, mach mal. Tu mal machen und so. Ähm, schlecht, 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 schlecht. Okay, das war's. Das machen wir nochmal. Das machen wir einfach nochmal. Okay. Ja, gut, hier ist nochmal Ende von Firelight's Mission. Könnt ihr eigentlich mal speichern nach dem Ende sozusagen. So, warte. F10, speichern. Meldbrötchen. So. Ihr hier. Ab ins Holz. Ihr hier. Ähm, du bauen... ...Haupthaus. Oh. So. Du bauen... ...Haupthaus. Du... ...baust hier... ...Hütte. Zack. Ähm. Was ist das? E... ...H. Und du auch. E... ...H. So. Bisschen Shortcuts hier mal trainieren. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Nicht so viel. Na, nur ein bisschen. Ähm. Wachtturm. Kostet mich 550, die ich jetzt nicht habe. Verdammt. Ich brauch Gold. Sonst... ...haben wir hier gleich wieder, ne? To-va-bo-hu. Mit dem Paladin. Wir wollen natürlich halt die K.I. wieder austricksen, dass sie hier nicht durchkommt. So. Ihr seid fertig. Dann geht ihr hier ins Gold. Und du bauen... ...Haupturm hier. Ja, das fängt ja schon gut an. Ja, okay. Gut. So, zu dem Wachtturm. Ähm. Hätte vielleicht ein Haus zu viel gebaut am Anfang. Hätte ich früher tatsächlich haben können. Und... ...ich mach das nochmal. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Da kenn ich ja nix. So. So. Wollt. Beziehungsweise einer. Doch. Ist okay. Ähm. Du gehst da hin. Du machst hier Haupthaus. Du machst EH. Du machst EH. So. Und du gehst... ...schuhe mal ins Gold. So, wenn das hier... ...vonstatten geht... ...machst du hier bitte... ...ne Türmchen. Und trägst vielleicht so schon mal die KI ein bisschen aus. Und nur vielleicht. So. Ihr seid erledigt. Das find ich super. Dann mach doch mal... ...Sägewerk. Entweder Sägewerk oder Schmiede für... ...für Dingens. Ne. Sollts ja auch ans Gold gehen. Wie weit... ...braucht er noch hier? Na komm. Wo ist schon mal weg? Bleib rein da. Ne. Diesmal kann ich die KI nicht mehr auswechseln. Oh, Mensch. Ist doch kacke. War das nur vorhin. Leider. Okay. Schade. Ich dachte, ich krieg das dann wieder und dann wieder und dann wieder hin. Du bauen Schmiede da. Da. Hier machen wir einfach mal weitere Päons. Hier müssen wir erstmal... ...also... ...erst mal... ...nur verteidigen. Ihr macht mal bitte nicht da. Ihr macht mal bitte da. Hier geht's hier ins Holz. Es wird schon irgendwie... ...hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Einer von euch kann hier eine Kaserne bauen. Und auch... ...ein Sägewerk. So, jetzt aber. Ist vielleicht an der falschen Position. Hätte ich vielleicht drüben bauen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, du hast fertig. Du kannst da wieder zurück. So, du gehst mal bitte hier ins Gold. Machen wir es ja nie. Kanonenturm bitte. Machen wir schneller. Schneller, 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 schneller. So. Haben wir zumindest hier so ein bisschen Verteidigung. Einen Kanonenturm zu haben ist eigentlich nie verkehrt. Weil er macht echt... ...mega damage. Mussten wir halt nur immer wieder reparieren. Ähm. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Wir machen hier Achswerfer. Da kommen sie wieder. Okay. Diesmal funktioniert das mit der KI wieder super. Das sieht doch gut aus. Will ich mal beinen. Ähm. Dann machen wir das hier drüben auch nochmal. Dass hier einer... ...en Kanonenturm baut. Ruhig hinter dem schwächeren Turm, sag ich mal. So. Hier machen wir ein Haupthaus draus. Bei Gelegenheit. So. Hier machen wir halt die größte Eko. Hier machen wir erstmal nur Verteidigung. Erledigt. So. Kanonenturm bitte. Danke. Neuer Bruder. Fertig zur Arbeit. Und hier halt den... ...den... ...den... ...den Wald hier nicht ganz so sehr abholzen. Axtstärke von den Dingern erhöhen. Auf jeden Fall. Hier Holz. Ich werde hier wahrscheinlich auch den Holzhacker hier auch sehr bald dann ins Gold schicken. Damit wir hier erstmal den Wald zur Verteidigung hier haben. Ob das so das Gelbe vom Ei wird, müssen wir gucken. Da kommt hier Dingens an. Alter. Ich glaube es hackt. Das war der Turm. Das heißt, wir brauchen wieder einen neuen Turm. Natürlich schade, aber was soll's. Alles zur Verteidigung. Vielleicht bei euch daneben dann auch nochmal einen Kanonenturm. Ich weiß es noch nicht.